Jesus kommt wieder und dann werden einige gut vorbereitet sein. Sie sind wachsam und aufmerksam, was um sie herum in der Welt passiert. Sie rechnen jederzeit damit, dass Jesus wiederkommt und bauen eifrig mit am Königreich Jesu. Andere hingegen verschlafen den Zeitpunkt, sich auf dieses zweite Kommen Jesu gut vorzubereiten oder sammeln lieber irdische Schätze. Andere wiederum wollen mit all dem nichts zu tun haben. Für die einen wird es ein Tag des Jubels werden. Für die anderen wird der Tag, wenn Jesus wiederkommt, ein Tag des Schreckens werden. Denn dies ist auch der Tag des Gerichts. Sich dann in eine Höhle verkriechen zu wollen, dafür wird es zu spät sein. Wie steht es mit dir? Bist du gut vorbereitet auf den großen Tag des Herrn? Es wird wirklich jetzt Zeit, dass Jesus durch dich scheint. Ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Römer 8, Vers 19 Mehr von Jesus erfährst du auf www.netzwerk-c.de www.netzwerk-c.de